Hallo, ich bin Li und heute lesen wir ein Weihnachtsmärchen von Emmi Ball-Hennings. Hast du Lust auf noch mehr Weihnachtsmärchen und Hörbücher für die ganze Familie? Dann klick gerne auf den Link unter dem Video zu meinem neuen Kanal Lies Gute Nacht Geschichten. König Salomos Zepter und die Krone der Königin von Saba Vor vielen, vielen Jahren wurde einmal in unserer Gegend in Monte Corioli ein Greis mit langem Haupttar und mit einem schlohweißen Bart gesehen, der dem Manne bis zum Gürtel reichte. Bekleidet war der Fremde mit einem seidenen Kapuzenmantel. Und auf dem Kopf soll er einen recht bunten Turban aus kostbarem bunten Stoff getragen haben. Er kam geritten auf einem weißen Maulesel. Ein schwer beladener, doch völlig mit weißem Segeltuch bedeckter Wagen folgte ihm. Dieser Wagen wurde von fünf Männern, die Lanzen trugen, begleitet. Und die Lanzenträger duldeten nicht, dass jemand sich dem Wagen näherte. Dem Wagen folgte noch ein Mann, der auch einen Kapuzenmantel trug. Doch war alles in allem viel einfacher gekleidet als der Anführer des Zuges. Ihr könnt euch wohl vorstellen, wie erstaunt die Leute von Monte Corioli waren, die ja ohnehin den lieben langen Tag über nicht gerade viel Neues zu sehen bekommen. Leider ließen sich die wunderlichen Fremdlinge nicht ansprechen und also auch nicht nach dem Woher und Wohin befragen. Die Monte Corioli konnten dem Aufzug nur höchst verdutzt nachsehen. Und es hat sich nur feststellen lassen, dass die seltsame Karawane berg anstrebte und in der Nähe des Gipfels offenbar innerhalb einer Höhle mit Wagen und Maulesel und dem Ganzen drum und dran verschwunden war. Gut, das war das. Ja, jetzt wussten die Dorfbewohner etwas Neues und auch wiederum nicht genug Neues. Den ganzen Abend über saß man vor den Haustüren, um sich über die höchst rätselhafte Erscheinung zu unterhalten. Man hatte ja nicht die leiseste Ahnung, was das alles zu bedeuten hatte. Man zerbrach sich vergeblich den Kopf. Aber das gefiel denen von Monte Corioli nicht übel. Am nächsten Morgen ging manche so gleich vors Haus, nur um zum Berggipfel hinanzusehen. Die herrliche Sonne sahen sie freilich jeden Tag hinter den Bergen am Himmel emporsteigen. Aber dieses schöne Morgenwunder war es nicht allein, das die Augen der Leute fesselte. Nein, es war noch etwas anderes. Nämlich mitten in den Strahlen der Frühlingssonne, genau an jener Stelle, an der tags zuvor die merkwürdige Erscheinung verschwunden war, erblickte man ein kleines Haus. Ein richtiges Haus mit Fenstern, Türen, sogar mit einem Schornstein auf dem Dach. Kurzum ein Haus. Und zwar eines, das niemals vorher da gewesen war. Das war hingewundert. Wie hingeträumt lag es da, und alle Leute rieben sich die Augen, kniffen sich in den Arm, gaben sich sogar gegenseitig kleine Ohrfeigen, nur um sich zu vergewissern, dass sie nicht träumten. Sie rüttelten und schüttelten sich, um sich allenfalls wach zu bekommen. Aber sie waren wach. Und sie blieben wach. Und das Haus blieb sicher stehen, genau dort, wo es stand. Man sah deutlich, die Läden waren geschlossen. Und um das Haus herum war den ganzen Tag über kein menschliches Wesen zu erblicken. Und am nächsten Tag war es genau dieselbe Geschichte. Man versäumte viel Zeit in Monte Cornioli, und wer nur wenige Minuten Zeit hatte, benutzte diese sicherlich, um zum Berghaus hinanzustarren, weil man der Meinung war, es würde genauso plötzlich verschwinden, wie es entstanden war. Das Haus blieb aber stehen, wo es stand. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Man wagte sich nicht recht hinauf, man hatte ein bisschen Angst. Mit dem Mundwerk war man aber weniger ängstlich. Und sehr bald hatte sich die Wundergeschichte in der ganzen Gegend verbreitet. Die Leute von Poppy und Bibiena ließen die Heuante im Stich, um sich in Monte Cornioli sorglich über die näheren Umstände des Zauberhauses unterrichten zu lassen. Doch wusste einer genauso wenig wie der andere. Da blieb denn freilich nichts anderes übrig, als hinaufzusteigen, um wenigstens das Haus einmal in der Nähe zu betrachten. Wie geplant, so ausgeführt. Vielleicht zwölf beherzte Männer und Burschen machten sich auf den Weg. Doch als sie an das Haus ankamen, fanden sie es verschlossen. Man klopfte bescheiden an die Tür, aber niemand rief herein. Die Neugierigen legten ihr Ohr an das Schlüsselloch und glaubten, das feine Klirren von Münzen zu hören. Auch wähnte man Stimmen, in einer leider unverständlichen Sprache zu vernehmen. Da man nichts in Erfahrung bringen konnte, tastete man wenigstens die Mauern des Hauses ab und stellte fest, dass es solide gebaut war, wie jedes andere Haus, das zu errichten, aber wenigstens einige Monate Arbeit in Anspruch genommen hätte. Tja, und dies hier war in einem Augenblick entstanden. Die Einwohner von Romena und Carveccio kamen, die von Stia und die von Algo, aus der ganzen Umgebung kamen hinauf. Doch niemand gelang es, in das Haus zu dringen und Gewalt anzuwenden, wagte man nicht. Da man nun doch nicht hinter das Geheimnis kommen konnte, ließ man es allmählich auf sich beruhen und gewöhnte sich an den Anblick des Wunderhäuschens. Als der Winter ins Land zog, lag das Haus, wenn auch recht eingeschneit, noch immer an gleicher Stelle. Man sprach zwar noch manchmal davon, doch war man sich darüber einig geworden, das Rätsel nicht eigenmächtig ergründen zu wollen. Nur einen gab es im Dorf, den die Neugierde nicht zur Ruhe kommen ließ und der für sich beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Es war Turno, ein kühner Bursche von siebzehn Jahren, der einzige Sohn einer braven Witwe, der zusammen mit seiner Mutter ein bescheidenes Bauernhaus in Montecornioli bewohnte. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass Turno seiner Mutter von seinem Vorhaben kein Sterbenswörtchen sagte. Die brave Frau wäre sicherlich nicht damit einverstanden gewesen, dass ihr Turno noch dazu in einer mondlosen, völlig dunklen Nacht sich zum einsamen Geisterhaus hinbegab. Nein, die Mutter, die tagsüber genug in Haus und Stall zu tun hatte, schlief fest und ruhig, als Turno leise das Haus verließ. Er hatte sich ein Laternchen, Licht und Streichhölzer mitgenommen. Um die Hüften hatte er sich ein Seil gebunden in der Annahme, er würde es brauchen können. Im Gürtel hing ihm ein großes, starkes, handfestes Krummesser. So ausgestattet machte sich Turno auf den Weg. Es war wahrlich kein Vergnügen, sich in stockfinsterer Nacht den Wind um die Ohren wehen zu lassen. Im Wald schlugen die dörren Zweige der entlaubten Bäume wie klappernde Knochen aneinander, aber jetzt konnte Turno es sich nicht leisten, Angst zu haben. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das begonnene Unternehmen, sei es auch noch so ungemütlich, musste ausgeführt werden. Als Turno nach beschwerlichem Wege endlich am Ziel war, blickte er zunächst, wie alle anderen, mit einem Auge durchs Schlüsselloch. Die Nacht schien im Häuschen genauso finster zu sein als draußen. Turno probierte es mit dem anderen Auge, doch dieses vermochte auch nicht mehr, als sein Brüderchen zu erkennen. Es kam dem Turno vor, als habe er noch nie eine so pechschwarze Nacht gesehen wie diese. Nur das Klimpern der Münzen klang ihm recht gemütlich und verführerisch in die Ohren. Da wird Geld gezählt, dachte sich Turno, und sicherlich wird es sich hier nicht nur um Rappen handeln, sondern um Franken, wenn nicht gar um Gold. Da begann Turno die Geldzähler, um ihre angenehme Beschäftigung zu beneiden. Da er sich aber nicht traute, die Tür aufzubrechen, ja, nicht einmal anzuklopfen wagte, schwang er sich geschickt auf das Dach des niedrigen Hauses und versuchte hier von oben durch den Schornstein zu blicken. Er bemerkte einen schwachen Lichtschein, der nur die Asche im Kamin erhellte. Und das war wenig genug, und es lässt sich leicht denken, dass auch sonst oben auf dem Dach, wo der Wind von allen Seiten wehte, als alles andere als behaglich war. Aber da es ja nicht anders gewollt hat, kann man wenig Mitleid für ihn aufbringen. Oder geht es einem von euch da etwa besser? Turno kauerte sich an einer Stelle des Schornsteins nieder, wo es ihm vorkam, als bließe der Wind hier nicht gar so grausam. Und in dieser Position gedachte er, abzuwarten. Er sagte sich, einmal werden die Geldzähler wohl auch müde und müssen zu Bett gehen, wie es bei allen ordentlichen Leuten üblich ist. Sobald dies geschehen ist und sie eingeschlafen sein werden, will ich mein Seil um den Schornstein schlingen, mich durch den Kamin hinabgleiten lassen, und dann werde ich mit dem Geldzählen an der Reihe sein. Es muss gewiss eine sehr hohe Summe sein, da die Zellerei kein Ende nehmen will. Nun, man muss auch warten können, wenn man es zu etwas bringen will. Turno wartete und wartete, fühlte sich allmählich trotz der großen Kälte schläfrig und war schon nah am Einnicken. Da plötzlich wurde er von einem strahlend hellen Licht überrascht, das von unten aus dem Schornstein heraufstieg. Und beinahe in derselben Minute erschien vor Turnos erstaunten Augen eine helle Gestalt, die er des strahlenden Lichtes wegen nicht gleich erkennen konnte. Alsbald jedoch sah er die Erscheinung in der Luft schweben. Turno starr vor Verwunderung hielt den Atem an. So etwas Schönes hatte er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ein Engel war es, ein wunderschöner Engel in einem schneeweißen Gewand, das aus Flor und Duft gewoben schien, während die großen Flügel vor lauter Licht in den zartesten Farben zu beben schienen. Da Turno von diesem Anblick völlig benommen dem herrlich schwebenden Engel nachsah, der sich in der Nacht verlor und doch die Nacht so freundlich erhellte, hatte er nicht bemerkt, wie in rascher Folge eine ganze Schar dieser wundersamen Lichtvögel aufgetaucht war, den verschiedene Richtungen den Dörfern zuflogen. Ein unsagbar feines, melodienreiches Klingen und Singen drang an Turnos Ohr. Es war das Hosianna der Engel, das er vernahm. Sollte man nicht annehmen, dass Turno, nachdem er so etwas Liebliches hatte, erblicken dürfen, sein bedenkliches Vorhaben nunmehr aufgeben würde? Leider, leider hatte Turno gar nicht daran gedacht, dass es die Christnacht war, die er sich für sein vorwitziges Tun ausgesucht hatte. Dies war nicht absichtlich, aber als er die Engel sah, fiel ihm gleich die Heilige Nacht ein, in der das Christkind doch auch für Turno wie für alle Menschen einmal geboren wurde. Ja, es fiel ihm schon ein, doch verscheuchte er den Gedanken. Er wollte nicht den beschwerlichen Weg umsonst gemacht haben, wollte durchaus seine Neugierde, wo womöglich auch seine Habsucht befriedigen. Er hörte nicht auf die Stimme des Gewissens, die zugleich die Stimme unseres Schutzengels ist. Wie gut wäre es gewesen, wenn er der leisen Mahnung gefolgt hätte. Er aber hörte nur auf die Verlockung des Bösen, das uns meistens viel einschmeichelnder und angenehmer klingt als das Gute, das sich nur schlicht äußert. Nun aber sehen wir zu, wie die Geschichte weitergeht. Kaum waren die Engel Turnos Blicken entschwunden, als auch schon sein Seil am Schornstein festband, und bei seiner großen Geschicklichkeit war es ihm ein leichtes in das Innere des Häuschens zu gelangen. Unten angekommen, zündete er sich zunächst sein Laternenlicht an und hielt Umschau. Er befand sich in einem erstaunlich großen Raum, dessen Weite und Breite in keinem Verhältnis zur Kleinheit des Hauses stand, wie man es von draußen sah. War das Haus nur eine Täuschung? War es nur ein Vorbau, der zu viel größeren Räumen führte? Im ersten Raum war nichts von Geld zu entdecken. Nirgends war ein Tisch oder ein Stuhl nichts, was an eine menschliche Behausung erinnern konnte. Von der Decke herab hingen viele Eiszapfen, gleich Kristallen aneinandergereiht, doch konnte Turno nicht darüber ins Klare kommen, ob dies natürliche Eiszapfen oder edle Steinkristalle waren. Der kostbare Schimmer jedoch verwirrte ihn und ein starkes Verlangen nach Reichtum und Glanz stieg in seiner Seele auf. Dennoch versagte er sich, einen der Kristalle zu berühren, obwohl er die Herrlichkeit mit seinen Händen hätte erreichen können. Da zunächst die Räume zu erforschen gedachte, öffnete er eine Tür, durch die er in die eigentliche Höhle des Berges gelangte. Er durchschritt einen schönen, hell erleuchteten Saal, und es nicht feststellen, woher das Licht kam. Weil der Saal vollkommen leer war, hielt Turno hier sich nicht auf, sondern ging weiter durch eine zweite Tür hindurch und kam in einen Saal, der noch heller war als der vorige. Und hier nun sah Turno auf einem Throne jenen Greis in tiefem Schlafe sitzend, der seinerzeit den seltsamen Zug von Monte Cornioli angeführt hatte. Turno begann, an allen Gliedern zu zittern. Er befürchtete, der alte Mann könne erwachen und ihn, Turno, als einen frechen Eindringling zur Rede stellen. Turno zog daher seine Schuhe aus, um beim Gehen nur ja kein Geräusch zu verursachen. Er bemühte sich sogar auf den Zehenspitzen zu gehen, schlich sich zu den vielen Truhen, die nebeneinander nah an den Wänden aufgestellt waren. Jede Truhe hatte einen mit schmalen Goldleisten eingefassten Glasdeckel, sodass Turno schon von außen sehen konnte, was ungefähr die Truhen an Schätzenbergen mochten. Das war natürlich sehr angenehm, dass man sofort Überblick hatte. Doch war diese Einrichtung nicht etwa Turnos wegen angebracht worden, aber das hätte ich wohl kaum zu sagen brauchen. Ja, hier krimmelte und wimmelte es nur so von Glanz und Geschmeide und Turno mit seinen einzigen zwei Augen hatte wahrhaftig genug zu tun, diesen schier unmenschlichen Reichtum, der hier aufgestapelt war, zu bewältigen. Mein Gott, was war da alles beisammen? Die Damen von zwanzig königlichen Hochzeiten hätten sich mit diesem Schmuck ziehen können und hätten dann immer noch zu viel gehabt. Da gab's Broschen mit köstlichen Steinen, die in sämtlichen Regenbogenfarben leuchteten, Ringe mit Steinen, die wie Blitze funkelten, Edelsteine, die wie die Sonne strahlten, die Sonne von unermesslichem Werte. Halsbänder aus Türkisen und Korallen, Armbänder, die an das reine Licht des Mondes erinnerten, Perlen, die wie Tautropfen auf Blumen in der Frühsonne schimmern. Kurzum, es war unbeschreiblich schön, und was die Fülle der Kleinodien anbetraf, war gar kein Ende abzusehen. Zwei Truhen erregten die besondere Aufmerksamkeit Turnus. Die eine war mit nussgroßen Saphiren ausgelegt. An der Innenwand war in geschliffenen Türkisen der Name Salomo zu lesen. Auf dem Boden der Truhe lag auf dunkelrotem Sammetkissen ein Zepter aus edelstem Golde und mit den herrlichsten Edelsteinen besetzt. In der anderen Truhe lag auf rosafarbenem Sammetkissen eine märchenhaft schöne Goldkrone, deren sieben hohe Zacken mit Smaragden besetzt waren. Turno stand wie geblendet vor diesem Traum von Schönheit. Er hatte von frühester Kindheit an ein recht ärmliches Leben geführt. Er hatte, wie dies ja bei Bergbewohnern oftmals vorkommt, auch schon Hunger gelitten. Und jetzt sah der arme Bursche so viele Kostbarkeiten hier ausgebreitet, von denen vielleicht der Erlös eines Armbandes genügt hätte, um Zeitlebens niemals Not zu leiden. Wenn man nur ein paar Stücke zu Geld machen könnte, so dachte Turno, wie viele arme Menschen würde man beglücken können. Turno warf einen scheuen Blick auf den schlafenden Greis, der indessen nicht im Entferntesten ans Erwachen zu denken schien. Gestorben war er jedenfalls nicht, denn Turno vernahm seine tiefen, regelmäßigen Atemzüge. Da überlegte Turno es sich nicht länger, ging zu einer der Truhen, hob mühelos den Deckel empor und griff eine Handvoll Edelsteine heraus, die er in die Tasche gleiten ließ. Dann überlegte er sich, ob er noch einen zweiten Griff wagen solle, ließ es aber bei dem einen bewenden und so ging er bei seinem Diebstahl wenigstens mit einer gewissen Bescheidenheit vor. So, jetzt würde alle Not mit einem Schlage ihr Ende erreicht haben. Die Mutter konnte von nun an in Samt und Seide gehen, konnte einen Federhut tragen, wenn sie verlangt danach trug. Aber wir werden später sehen, ob Turnus Mutter Lust auf Federhüte und Sammetkleider hatte, die noch dazu von gestohlenem Gut herrührten. Ein paar himmelblaue Steine an einer feinen Goldkette machten Turnus den Eindruck, als hätten sie nichts dagegen mitgenommen zu werden. Und drum ließ er diese und noch ein paar Goldringe dazu in die andere Tasche gleiten. Vielleicht, man möchte es hoffen, geschah dies weniger aus Habsucht, als um das richtige Gleichgewicht auf beiden Seiten herzustellen. Dann aber verließ Turnus etwas rascher, als er gekommen war den Saal, den tüchtigen Wächter in tiefem Schlafe zurücklassend. Da gab's natürlich kein Liebewohl und Auf Wiedersehen. Kaum war Turnus auf dem Dache angelangt, als er in der Luft abermals die vielen Engel schweben sah. Aber ihr zartes Hosianna ging ihm diesmal sehr zu Herzen. Die Engel bewegten sich fliegend auf das Häuschen zu, und am liebsten hätte Turnus die geraubten Sachen wieder an Ort und Stelle zurückgebracht. Schon begann er seine Tat zu bereuen, doch hielt sie in eine falsche Scham zurück, das Unrecht wieder gut zu machen. Er fürchtete, die Engel könnten ihn auf dem Dache bemerken, und als er das Rauschen der Flügel vernahm, sprang er eilends hinab. Er stolperte beim Hinabspringen, fiel, stand auf, und fiel abermals. Er spürte eine Schwäche in den Gliedern, als sei er schwer krank. Seine Schuhe hatte er im Saal der Kostbarkeiten vergessen, und so musste er auf den Socken den Heimweg antreten. Eisig kalt war es ihm an den Füßen, aber noch kälter im bedrängten Herzen. Mehr Tod als lebendig kam er nach drei Uhr in der Nacht daheim an. Die Mutter hatte indessen keinen rechten Schlaf finden können, weil sie in großer Sorge um ihren Sohn war. Da sie, als sie ihn kommen hörte, ihn im Hausflur empfing, fiel ihr zwar nicht auf, dass er keine Schuhe an den Füßen trug, doch sah sie beim matten Schein des Kerzenlichtes sein verstörtes Gesicht. Turno, sag mir einmal, wo du heute Nacht gewesen bist, fragte die Mutter in strengem Ton. In der heiligen Messe, entgegnete Turno. Dass du nicht die Wahrheit sagst, wirst du selbst am besten wissen, erwiderte die Mutter. Ich weiß nur, dass ich müde bin und schlafen muss. Lass mich in Ruhe, Mutter. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Sehr gute Nacht sogar. Und guten Morgen wird man dir auch gleich wünschen können. Darauf antwortete Turno nicht, sondern ging sofort in seine Kammer, wo er das Licht anzündete. Dann machte er sich daran, im Winkel des Zimmers seinen Ziegelstein aus dem Fußboden herauszuheben, unter dem er die geraubten Kostbarkeiten verbarg. Nachdem er dies mit viel Mühe vollbracht hatte, legte er sich ins Bett. Er war zwar tot müde von der großen Anstrengung, doch ließ ihn sein unruhiges Gewissen trotzdem nicht schlafen. Einmal sagte er sich, ich habe eine schlechte Tat begann. Dann wieder war eine Stimme in ihm, die ihm beschwichtigend vorgaukelte, nein, das ist gar nicht schlimm, was du gemacht hast. Man wird kaum merken, dass ein paar Steine fehlen und du kannst sie brauchen. Kauf dir nur gleich nach Weihnachten ein paar flotte Schuhe, einen hellgrauen Anzug, einen eleganten Kalabreserhut und ein buntes Seidenhalstuch. Aber vorher musst du nach Florenz gehen, um ein paar Steine zu verkaufen. Du sollst mal sehen, was du für einen Haufen Geld dafür einlösen wirst. Mit solchen Gedanken schlief er endlich ein. Im Trauma aber erschienen ihm die Engel, die ihn tief betrübt und vorwurfsvoll ansahm. Ihr werdet wahrscheinlich erraten können, wer am nächsten Morgen in der Kirche von Monte Cornioli bei keiner Messe anzutreffen war. Und wer sich bis zum Nachmittag überhaupt nicht entschließen konnte, sich im Dorfe blicken zu lassen. Sollte euch das Raten schwerfallen, kann ich noch hinzufügen, dass der Betreffende keine Schuhe an den Füßen hatte. Sondern am ersten Feiertag in ziemlich ausgetretenen Holzpantoffeln spazieren gehen musste. Ja, ganz recht. Das war kein anderer als unser Turno. Unser Turno, der abermals heimlich das Haus verließ, da seine Mutter sich in die Wespe begeben hatte. Sie ahnte schon, dass mit ihrem Jungen etwas Besonderes los war. Doch wollte sie ihm Zeit lassen, sich auf das Rechte zu besinnen. Sie hoffte, er würde von selbst zu ihr kommen, ihr Anvertrauen, wenn er etwas Schlimmes angerichtet haben sollte. Als Turno im Begriff stand, einen Gang ins Freie zu unternehmen, begegneten ihm ein paar Kinder, die sich über das Weihnachtsfest unterhielten. Er hörte, wie sie einander erzählten, es seien in allen Häusern Engel da gewesen, die besonders den Armen reichliche Geschenke gebracht hätten. Die Engel seien von oben, vom Berge herabgekommen, aus der Gegend, wo das Wunderhäuschen stünde. Da wusste Turno genug. Er ging schnurstracks dem Walde zu, um nur keinem Menschen zu begegnen. Och, wie er sich schämte. Er hatte sich an den Gaben, die für die Armen bestimmt waren, vergriffen, und das tat ihm sehr leid. Wie war es nur möglich, diese böse Tat wieder gutzumachen? Und in welch üblen Ruf würde die arme Mutter kommen, wenn sein abscheuliches Unrecht bekannt wurde? Turno wagte gar nicht, sich das auszudenken, und fühlte sich doch gezwungen dazu. Bis gegen Mitternacht irrte er im Walde umher, ohne auch nur Hunger oder Durst zu empfinden. Da er sich endlich entschloss, nach Hause zu gehen, hörte er plötzlich über sich in den Bäumen ein Rauschen wie von Flügeln. Er blickte hinauf, und er starrte fast vor Schreck, als eine ungeheuer große Fledermaus mit feurigen Augen ihm erschien und ihn ansprach. »Ihre, Turno, du hast dem Teufel einen großen Dienst erwiesen, indem du die Juwelen und das Gold aus dem Häuschen gestohlen hast.« Wisse denn, dass es sich um den Schatz des Königs Salomo und den der Königin von Saba handelt, unermessliche Schätze, die bei der Zerstörung Jerusalems durch Engel und fromme Menschen gerettet worden und in Sicherheit nach Monte Corneoli gebracht worden sind. Die Engel durften frei über die Kostbarkeiten verfügen, doch nur unter der Bedingung, dass nichts davon entwendet wird. Nun aber, da du dieses getan hast und die Engel auf keinen Fall mehr nach Monte Corneoli zurückkehren können, will der Feind alles Guten dich hoch belohnen. Der Teufel selbst gestattet dir, nach Belieben in die Höhle zurückzukehren und dir anzueignen, was immer dir zu nehmen gefallen wird. Sogar das Zepter des Königs Salomo und die Krone der Königin Saba soll dein Eigen sein, wenn du fortan nur dem Bösen treu bleiben wirst. Nein, 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 so schrie Turno laut auf, sank in die Knie und machte das Segenszeichen des Kreuzes, worauf das Ungetüm von Fledermaus wie vom Blitz getroffen auf die Erde fiel, die sich sofort öffnete, sodass ein tiefes Loch entstand, in dem die Fledermaus spurlos verschwand. Während das tiefe Loch noch heutigen Tags zu sehen ist, und jeder Mann, der hier vorbeigeht, gibt Acht, dass er nicht hineinfällt. Als Turno zu seiner Mutter kam, war dies über sein elendes Aussehen so erschrocken, dass sie tiefes Mitleid mit ihrem Sohne empfand. Er indessen war nicht fähig, auf ihre teilnehmenden Fragen zu antworten. Er war offensichtlich schwer erkrankt, verwirrt und fiebernd musste er sich ins Bett legen. Die Mutter ließ sogleich den Arzt rufen, der aber konnte ihm nicht helfen, denn der Körper war nur krank, weil vor allem Turnos Seele krank war. Doch wurde dies nicht sogleich erkannt, und so blieb der arme Turno wochenlang ohne Hilfe, nur von seiner Mutter treu gepflegt. In dieser Zeit soll man auf dem Gipfel von Montecornioli zwei Dämonen gesehen haben, die als beflügelte Ungeheuer jeden Abend und wahrscheinlich die ganze Nacht hindurch ihr Wesen getrieben haben. Wer sich in die Nähe des Wunderhäuschens wagte, wurde durch einen widrigen Schwefelgeruch beinahe erstickt. Es ließ sich kaum mehr atmen in dieser Gegend. Die Kunde von der Erscheinung der Dämonen wurde dem Abte von Kamaldoli, dem frommen Romuald gebracht, der gemeinsam mit einigen Mönchen sich an den verrufenen Ort begab, um durch Aussegnung der ganzen Gegend den bösen Geist zu bannen. Doch alles Segnen half leider nicht viel. Es wurden Fasten und Gebete der ganzen Gemeinde auferlegt, was für die Leute eine gute Übung war, aber die Dämonen ließen sich dadurch nicht verscheuchen. Turno lag so schwer krank, dass die Mutter ihn am Ende seines Lebens glaubte. Sie ließ daher einen Priester kommen, der ihn durch eine gute Beichte und durch die heilige Kommunion mit dem lieben Gott versöhnen sollte. Es war ein Bruder aus dem Kloster von Kamaldoli, der die Gnadengabe besaß, sofort den Zustand Turnos zu erkennen. Kaum hatte Turno eine reumütige Beichte abgelegt und das geraubte Gut unter die Armen verteilt, als er auch schon völlig gesund wurde. Danach soll er eine Pilgerfahrt nach Werner gemacht haben, wo er drei Tage über unablässig im Gebete verblieb. Ferner, erzählt man, soll er die Madonna von San Fedele besucht und danach noch einen Bußgang nach Kamaldoli unternommen haben. Hier im Kloster von Kamaldoli ist er als Leinbruder aufgenommen worden, und als solcher hat er sein ferneres Leben in großer Frömmigkeit verbracht. Ein Teil der Juwelen legte Turno zu Füßen des Altares bei der Großmutter von San Fedele nieder. Das Halsband und das Diadem, das unsere liebe Frau an hohen Festtagen schmückt, soll aus dem Schatze jenes sagenhaften Wunderhäuschens stammen. Die Dämonen hat man seit jener Zeit nie wieder gesehen. Aber leider, die lieben Engel, auch nicht mehr. Und darum sieht es auch jetzt mit den Weihnachtsgeschenken recht dürftig aus. Das war die Geschichte von König Salomons Zepter und die Krone der Königin von Saba. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.